Wir kommen wieder zum nächsten Individualtraining. Die erste Übung ist das Zickzacklauch. Richtig bei dieser Übung ist, dass wenn wir mit hoher Geschwindigkeit auf dem Hütchen zu laufen, dass der äußere Fuß der Stabilisation geht und der innere Fuß in den inneren Fuß gehen wir direkt in die Richtung rein. Die erste Übung ist das Zickzacklauch. Die erste Übung ist das Zickzacklauch. Jetzt kommen wir zu der nächsten Übung. Hierfür ist es wichtig, dass wenn wir auf dem Hütchen zu laufen, dass wir einen tiefen Stand haben, viele Kontakte und so wieder zurücklaufen können. Die nächste Übung ist nur der Ausdauertraining. Es ist sehr anstrengend, aber sehr wichtig für dich. Starten in der Mitte. Lauft auf dem Hütchen zu. Für Jöns gehen wir wieder zurück. Dann zum nächsten Übung. Wieder zurück. Jetzt hier. Kommen wir wieder zum Ausgangspunkt. Dann gehen wir mit hohem Tempo. Aller der Seite. Dann wieder mal bevorzeigen. Wieder zurück. Und fertig. And everything is gone my way Girl got the ass and she gone my place Rapper 603 Leute ich hoffe das Video hat euch gefallen Vergiss nicht gefällt mir zu drücken Und natürlich mich zu abonnieren Hier findet ihr noch mehr Videos von mir Und schaut natürlich bei meinem Instagram Account vorbei Und vergiss nicht Salat zu machen